Pfingsten wird von Christen auf der ganzen Welt gefeiert und ganz unterschiedlich bezeichnet. In einigen Sprachen steckt drin, worum es geht. Um die 50, griechisch Pentikosti, 50 Tage nach der Auferstehung Jesu ist etwas geschehen. Das Fest geht auf jüdische Traditionen zurück, denn Juden feiern 50 Tage nach Pessach, das Erntedankfest Schawuot. Die Jünger von Jesus hatten sich dazu in einem Haus in Jerusalem getroffen. Wie in der Bibel erzählt wird, hörten sie dort ein Brausen, und ein mächtiger Sturm vom Himmel her kommend erfüllte den Raum. Und Zungen wie von Feuer fielen auf jeden von ihnen herab, und ein jeder wurde erfasst vom Heiligen Geist. Und der sorgte dafür, dass sie in allen Sprachen reden konnten. Vor 2000 Jahren lebten in Jerusalem viele Fremde aus Rom, Kreta, Mesopotamien, Ägypten und Libyen, die ganz unterschiedlich sprachen. Sie wurden nun Zeugen dieses besonderen Ereignisses. Alle verstanden alle. Ein Wunder. Bestärkt zogen danach die Apostel aus, um allen Menschen von Jesus und seiner Botschaft zu erzählen, und sie begründeten eine Weltreligion, das Christentum. Bestärkt zogen danach die 24 Stunden. Bestärkt zogen Untertitelung des ZDF, 2020